dann würde ich sagen jetzt los zu einer Boah, ich hab grad mit zwei zwölfseitigen Würfeln gewürfelt und da gibt's halt nur Du wirst gleich sehen warum es Chaos-Wunde hat Äh, ich hab dir die Überraschung Ich hab die Überraschung genauten Ich hab gerade mit zwei zwölfseitigen Würfeln zwei Sterne gewürfelt Das ist ein gutes Ohm Wo sind meine blinden Würmer? Ah, mein blindes Ohm ist da oben! Ja! Wie lange dauert es bis zum sudden death? Nur oder in 10 Minuten Schaden Ach nee, ich glaub hier dauert es sogar richtig lange Ich hab das letzte Mal fünf, ja das hier ist eine halbe Stunde glaub ich Und mir hängt's Aber irgendwie, ach so, wir merken, dass Robin einfach mal in der Unternehmensie hat Nee, dann würde ich auch immer hängen, dann würde es bei mir auch immer hängen Gott, oh Gott Das Radar Hä? Ach, Tatman, okay Ich hab den Duplo Ihh Ah Doch, Kacke da hinten, hä? Ja genau Nein,geartig machen, nöö? Ehh... Hey, du hast mehr Schaden geburten Hä? World &DR Tricks er war Reiter Reiter und Tricks ist dasselbe nur er warst du er ist der Vater von Imperator Tricks deshalb aus Räder wird Tricks das ist richtig du hast nie so nachgemacht ja genau da hat der Balrog Magandert wenn ich bin da also wenn das nicht cool ist ne oh ah cool ich hab jetzt nicht auf schießen sondern auf da unten oh man warum ist Darth Vader gegen Tadman wer ist Tadman man glaub das ist ein roter von dir ne ah den hab ich nicht benannt ja richtig nein das war zwar nicht verbitternd das war zwar nicht so das ist doch schon wieder scheiße ah da ist noch General Hanuta oh nö den hab ich gar nicht gesehen Mr. Bounty das war der Früchte den hinten dafür den wollte ich noch besser Namen aussuchen ah ja ist ja ok ah schade schade dass der da hinten äh dass die Minen kam hm alter das Ding hast du das Blut gesehen schau mach das das da ist Blut aus dem Ding ja tut mir so leid ich hatte schade der ist doch alle arschlich ja das ist so oh nö ich reich sogar ne Bazook weiß nicht das wär schon witzig nein ich hab dich gerettet bitte jawoll jawoll das war der Ding dahinter wollte dich retten ja natürlich und die nur 5 paar P10 das war eigentlich du hast schon 2 äh 2 Wimmer verloren Twix-Truppe der heißt einfach Twix-Truppe ja weil der Anführerin passt doch Twix-Truppe ja ja der Wurm dieser Wurm wie heißt denn dieser Wurm jetzt? nein schön wenigstens ist sie noch vorher aktiviert wenn sie jetzt ins Wasser geflogen wäre wäre es ja kacke weh ja ich sag ja ich bin doch nicht so gut dabei so jetzt du da ach das war Captain Duplo ich dachte ähm der der Name des ok wir versuchen nur oh nicht so fest achso schade ich wollte die da ganz hinten reinwerfen damit da drei Leute oder drei Leute sind ja ich glaube ich warum sie lässt ja unten in der Ecke dran boah ich glaube ich sah das nicht so doch ja ich komm nur weil du verlierst ja okay also nur weil es gerade nicht so gut für dich aussieht du verlierst ja noch was das meint ihr aber Robin meint natürlich was? NEIN weißt du weißt du das wollte ich das war ich das war sie das das ist ja das dumme ich habe gerade zwei Würmer von mir vernichtet oh das war das war ich weiß es war wunderschön ich weiß es war wunderschön aber genauso sollte ich wollte den jetzt lad ich das recht hoch über meinen 200er da oben über meinen 200er treffen und dann ist das einfach ein Stück zu weit geflogen äh rechts oben zweite zeile einfach 200er nie was hat er gesucht? die teleportation nochmal nochmal du kannst dreimal schießen wenn du fliegst also wenn du einmal triffst dann kannst du grad nochmal schießen und nochmal so den Wurm den ich verschont hab ähm ja genau der 139er ist eh viel besser oh nice so kriegst du beide yes das habe ich doch gerne gemacht danke natürlich bitteschön ich habe dir dein Leben gerettet so das mit der das mit der Halleluja Bombe war natürlich Absicht dann nehme ich nur vor alles muss man du bist ganz schlugfähig vielleicht hättest du immer die Augenklappe oder die Augenbinde wegnehmen müssen nein zu Glück haben wir unendlich was machst du denn da was machst du denn da hallo ich würde gerne du jetzt in diese kleine lasche da fällt ne bringe ich dich um das mit dem der Wok hab da jetzt nur noch ich habe mir leid Robin hat zwar Robin hat zwar noch 4 aber die sind halt aber die sind halt einfach alle kaputt guck mal der hat 2 mit wobei ich springen kann du hast du deshalb fragst du weil ich sonst jetzt gefeuert hätte mit nichts aber egal was willst du machen das ist deine du kannst auch Wurmtausch machen ich würde ich dir empfehlen du darfst dich direkt da drunter stehen den müssen wir da mal rausholen Yannick den muss gar nicht ich muss dich erstmal töten weil ich denke mal dass Robin keine Gefahr ist wie kann ich das jetzt ausbinden Wurmtausch jetzt hast du noch eine Sekunde es ist eh zu spät Wurmtausch ist nicht Wurmtausch auswählen mit Leertaste auswählen und dann mit Tapp okay den Wurm aussuchen und tust du ja nicht du siehst dass da dein Wurm ist ach so du guckst nur hier ach so ok oh ne warum löst das scharf das nicht aus nett nein komm wird er vergiftet ich bin unantastbar sag ich ja einfach nach oben schießen sie das das ist doch ein Witz oder Batman ist zu fett schade auch schade ob mich so eine Kacke dann abhalten würde ich überlege was ich machen soll noch ein bisschen springen da spielst du runter das wird nicht reichen was vielleicht schon nein ha und dann noch schön unter Wasser gegangen wunderschöne hafee gezogen bekommen ich truppe ah aber natürlich bleibt er macht den Wurmtausch unten zu dem 50er und stups Yannick ins Wasser Wurmtausch ist auf der rechten Seite in der zweiten Reihe ich glaube wir machen das auch mal so jetzt tab jetzt tab oh nein also mit tab du musst nochmal auswählen schnell leertaste jetzt tab 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 du weißt wo tab ist ja genau jetzt wieder leertaste jetzt leertaste geh nicht auf Yannick zu und mach irgendwas schnell weg spring shift jetzt noch leertaste nice nice krass das hätte böse ausgehen können hätte ja jetzt habe ich natürlich ein Problem ein sehr großes Problem ein sehr großes Problem du kannst dich so präzise werfen wie ich hey das verstehe ich jetzt nicht oh das das war nice also ich dachte er wär's der will nicht dahin oder so aber ich flieg nicht weg nein komm schon Wasser der Zuge hättest du ihn noch weggespielt ich glaube ich sterbe ja nein dafür war die hol ihm Wasser ja das war schaden Problem ist ich der jetzt wahrscheinlich so gemein bin ich ja auch nicht ich wollte nur mal Denkzettel verpassen jetzt kann ich mich anderen Sachen widmen mit der Bazooka ich halte nicht du meckerl lebe h nein das ist doch ein Witz ich bin doch voll durchziehen sollen Euro es wird aber ich habe ja nicht und die Städte genau so runter wenn man schön Leiberscheid um hoch zu springen er nicht so es wird es mehr dass sie nicht da was sie gerade ein ich betiere mich selber und ich bin ja nicht weil es uns da unten runterspülen mit einer, äh, Dings. Wasserbombe. Mein ja nur. Oder du nimmst den Mega-Messer. Oh, ich wollte eigentlich auch nicht. Den wollte ich treffen. Höh, 85, das steck ich weg. Der macht gut Schaden. So, schön, dass du meinen hier unten nicht getötet hast, das find ich nett. Ja, natürlich. Jetzt kommt die Rache. Soll ich dich auch schlagen, dass wir so richtig schön, äh... Mach einfach. Ich dachte, du überlebst das, oder was? Ja, aber allein durch den Schlag wär er, glaub ich, gestorben. So, jetzt sollte ich mir irgendwie den Masterplan mal ausdenken, weil 35 und 24 ist gar nicht mal so toll. Naja, Problem ist... Ich glaub... Dann wär ich mir nicht so sicher. Ja, also wenn du noch weiter wartest, dann... Und auch wenn du es nach oben wirfst, ist auch nicht so toll. Hm, die Banane. Keine nach... Ist jetzt nicht so optimal. Genau, die... die andere Richtung war schöner. Ist ein dicker Wurm, ja. Ist okay. Boah. Muss jetzt ein Zeichen setzen, damit Yannick mich in Ruhe lässt. Ja, ich hab keine Ahnung, mach's doch kurz ruhig. Ich mein, ich hab mich nicht selbst getroffen. Genau das wollte ich auch machen, Yannick, also den da oben mal. Ah! Ich wollte wirklich genau dasselbe machen. Oh, falsche Richtung. War okay. Okay. Mr. Bounty? Naja, soviel Schaden hat das jetzt auch nicht gemacht. Äh, da rechts ist noch einer, ja. Da kannst du ja glaub ich... Da rechts hin? Okay. Kann ich aber mal versuchen. Obwohl, ne, dadurch hast du zu wenig was... Nimm, nimm lieber die Banane. Die muss immer ein bisschen höher, ein bisschen weniger Zeit. Hey, Nix, dann hat eins getroffen und tötet ihn. Neeeeeeen. Hehehehe. Wunderschön. So, aber jetzt noch den 158-Tiger weg und dann spielen wir wieder normal. Hehehehe. Mach du jetzt? Hm. Warum, nimm, okay. Ja. Ja, der Typ ist sehr scheiße. Aber... Ah, schade, dass er nicht runter zu mir gefallen ist. Jawoll. Dazu ist er mir abzufrieden. Soll ich mal was cooles probieren? Ach du Kacke, wenn das funktioniert, Yannick. Ja, ich... Ja, ja, ich hab schon... Ja, ja, ich hab schon... Hab ich mir schon gedacht. Das wär ziemlich nice. Aber ich... Oh, nein. Es ging... Au, oh, 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 oh. Aber... Tati wenigstens... Oh. Naja, wenigstens noch dir selbst 5 gezogen. Fast gut. Gibt vielleicht abzufriedene Wehnote, aber... Die Klappe. Die ist bekanntermaßen nicht so gut. Hehehehe. Äh, tut mir leid, dass ich mich sofort mit den Waffen ausgerüstet bin, die ich brauche. Ich glaub, das wird wehtun. Ich glaub, das wird mir selbst wehtun. Ich hoffe auch irgendwie. Nein. Kann man die noch anders machen? Aber ist mir jetzt egal. Aber trotzdem würde ich gern wissen, kann man die noch ändern? Wäre man die schon abgefeuert hat? Gerade. Nein. Wie hast du das eben... eben gemacht? Ich hab gar nicht davon... Kann man die noch ändern? Achso, ich dachte, die fliegenden Teile. Das kann man nicht ändern, weil... Die Richtung kann man nicht ändern. Wenn dich höher oder niedriger gemacht. Ah, Robin hat das Prinzip verstanden. Ja, Yannick. Der suche ich soll ihm genau. Das ist... Ne, jetzt... Ne, der stirbt nicht. Klagt euch. Das doof ist, Yannick ist jetzt dran. Ja, du guckst dich nirgends. Okay. Und zwar der nicht vergiftet, der gut. Mir fällt gerade auf, dass der vergiftet, der ja mal gar nicht mehr so gut aussieht, so. Oh, Yannick, nicht immer das Bild. Nimm doch die Oma. Oder das? Bitte, 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 zwei. Hab dich verschont, hab dich verschont. Ich wusste es. Nein. Nein. Komm, ich... Der sieht auch nicht mehr so gut aus. Glaubst du, so einmal quer durch die Web und bis zu Robin klappt? Ja. Ne, das hört ja irgendwann auf. Dann mach'n Yannick, der macht dich sonst platt. Das klappt schon. Guck mal, wieviel Zeit du noch hattest. Mal gucken, wieviel Leben der noch hat. Komm, den Zweier und den Einer kannst du jetzt auch leben lassen. Das musst du, also wenn du jetzt Leertaste drückst, damit fliegt die jetzt direkt hoch. Ho, Leertaste und... Nein! Nein! Ja, ich... Aber scheiße. Also dafür, dass... Aber scheiße, genau. Okay. Kann man... Okay. Wir werden jetzt aber was versuchen. Wir werden einfach beide Würmer gleichzeitig töten. Ah! Ja, ich versuch das Ultimative. Ah, nein! Nein, 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 nein! Ich lebe noch! Das Problem ist, ich versuch das leichte Spielen, uns beide zu töten. Ja, Superscharfen ist das Easy-Weg alles. Aber ich muss, was soll ich denn sonst machen, Mann? Versuch irgendwas Cooles zu machen, wie ich ne Banane oder sowas. Oder ich sprühe Wasser runter. Dann können wir den Superscharfen erst nach unten steuern. Du musst es... Erstmal nach... Mit A und D lenken und dann kannst du... Und trittst du irgendwann nach unten. Ach, mit A und D. Oh, ich hab' die Frage, dass du nimmst. Ach, du, Andy, bei dir, bei dir, wenn du... Wenn du das auf die Falltasten hast, dann müssen wir die Falltasten, da. Höh, Alter, der ist weggeflogen. Natürlich ist der mit dem 1.HP jetzt gegen Yannix 50 HP. Das ist nicht wahr! Nein! So, wie töten wir jetzt auch kurz? Auch eine Banane? Oder, äh... Wir warten jetzt noch 17 Minuten, bis du dann irgendwas würfst und dann stirbst du in derselben Runde am Sand... Äh, okay. Was ist das? Mach doch ne Wasserbombe! Eine Banane. Ich hab' gerade mit zwei zwölfseitigen Würfeln zwei Sterne gewürfelt. Das ist halt ein gutes Ohm. Auf Wiedersehen! Necktes Order! Necktes Order! Ich hab' dich selbst getötetet. Yeah! Erster Platz! Aber Hauptsache, ich bin letzter, ja? Seit wann fällt denn... Seit wann fällt denn... Seit wann fällt denn so ein Banane? Du bist zweiter! Guck mal. Ne, letzter. Bronze ist interessant. Ah, guck mal. Meister Littner Schaden, 1985. Jetzt bin ich mal hier und äh... Jetzt tu ich mal auf Luca und... Äh, guck mal! Äh, ich hab' so viele Erfolge! Äh, Alter! Ich weiß! Ja, guck mal was für Erfolge! Meister Freund Schaden, Meister Littner Schaden, Meister Littner Feuerschaden... Ja, ja!